Ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen. Gemeinsam mit XTB, es ist Dienstag, der 18. Juli 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen auf die heute anstehenden, vorbörslich bereits veröffentlichten Bank Earnings oder Banking Earnings von Bank of America und von Morgan Stanley. Wir wollen uns mal eine Einordnung geben, warum der eine Titel eventuell eher für die Short-Seite interessant würde, der andere eher für die Long-Seite. Unterm Strich müssen wir natürlich erstmal abwarten, wie kommen die Earnings rein und so weiter. Und ausgehend hiervon würden wir unsere Plays formulieren. Aber nichtsdestotrotz ist es doch schon eine deutliche Diskrepanz im Hinblick auf die relative Stärke bzw. Schwäche erkennbar, die auf jeden Fall erwähnenswert scheint. Darüber hinausgehend werfen wir einen kleinen Blick auf Bitcoin, nach der jetzt aktuell auch stattfindenden Attacke auf die 30.000 Dollar Marke. Und warum es da vielleicht noch ein bisschen mehr Action auf der Unterseite geben könnte, mit einem Breakout aus der jüngsten bullischen Konsolidierung, nach der Ankündigung des Bitcoin-ETF durch BlackRock bzw. des Antrags auf einen solchen. Von vor ungefähr drei Wochen ist es her, vier Wochen ist es her, Pi mal Daumen. Und nach diesem bullischen Drive und der Konsolidierung sieht es eher danach aus, als wenn wir die Konsolidierung nach unten auflösen. Und da wollen wir natürlich auch noch einen Blick drauf werfen. Bevor wir allerdings ganz offiziell starten, erstmal der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor wir mit dem Handel beginnen, erstellen wir bitte vorher zunächst unser persönliches Risikoprofil und oder lassen ein solches erstellen von einem unabhänglichen Landsberater. Laden uns dann auf xtb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, testen einander risikofrei, schauen, ob das persönliche Risikoprofil mit den Risikoprofilen bzw. Produktcharakteristika von FX-CFD-Produkten korrespondiert. Sofern wir das für uns mit Ja beantworten können, haben wir auch die Möglichkeit natürlich dann ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Webseite xtb.com.de. Dort findet ihr auch den vollständigen Risikoprofilen und nutzt darüber hinausgehend gerne die Möglichkeit, xdb einmal den Kundensupport zu kontaktieren, solltet ihr Fragen haben. Besonders rund um Kontoeröffnung oder Handelsplattform oder oder oder. Gerne, wie gesagt, einmal den Kundensupport kontaktieren. Einmal in eigener Sache. Alles, was ich hier präsentiere, sind meine Gedanken, sind reine Informationen bzw. edukative Inhalte. Das ist keine Anlageempfehlung. Dazu kann ich nichts sagen, wie das persönliche Risikoprofil ist, wie sich ausgehend hier von Anlagen in irgendeiner Form eignen oder nicht eignen würden. Also bitte nichts, was ich hier präsentiere, als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein informatives, edukatives Event. Xdb als bester CFD-Broker des Jahres 2023 ausgestattet, ausgezeichnet. Was dazu geführt hat, das findet sich hier in der Mitte aufgelistet. Wer sich hat schon ein Bild von Xdb als Broker machen können und mit Xdb zufrieden ist, der stimme auch gerne jetzt bei der Broker-Vergleichwahl dieses Jahr für den Online-Broker 2023 ab. Einmal den QR-Code hier scannen bzw. einmal die URL eintippen und toller Preisegewinn darüber hinausgehend, wenn ihr mit Xdb zufrieden sein solltet. Ein Grund, warum ihr mit Xdb zufrieden sein könntet, wäre mit Sicherheit die X-Station 5, auf die wir jetzt hier einen Blick werfen wollen. Und wo wir schon den Chart sehen und zwar den von BAC, von der Bank of America, mit der wir jetzt einmal beginnen wollen. Ganz kurz vielleicht vorab, ein übergeordnetes Bild, wo wir aktuell stehen bzw. was heute potenziell von Interesse ist. Da klicken wir kurz hier auf den Kalender und da können wir sehen, das sind die News von gestern gewesen. Vielleicht war das der Grund für Gold, der eine oder andere hat einen Blick drauf geworfen, für diesen kurzen Flasch unter die 1950. Der New York Empire State Index, der über der Erwartung veröffentlicht worden ist mit 1,1 Punkten gegen minus 4,3 erwartet. Aber was heute relevant sein dürfte, dürften die Einzelhandelsumsätze sein um 14.30 Uhr. Wie gesagt, das wird nicht wirklich Auswirkungen haben auf die Einzeltitel oder sonst dergleichen. Eventuell eine Auswirkung auf Gold, vielleicht eine Auswirkung auf Bitcoin, da sollte man es ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber summa summarum sind wir hier relativ dünn. Das nächste Makro-Event, was vielleicht einen Impuls liefert, ich gehe davon aus, das wird dann nächste Woche mit der FED und der Leitzinsentscheidung zu finden sein. So, jetzt wollen wir einen Blick werfen einmal auf Bank of America, BAC an dieser Stelle. Und man ahnt es vielleicht schon, also wenn man sich den Chart jetzt hier betrachtet, das könnte eher der relativ schwächere Kandidat sein. Und was ich da gerne mache und welche Funktion es hier in der X-Station tatsächlich gibt, die mega cool ist, und zwar können wir unseren Chart überlagern. Also hier gibt es diesen Tab Vergleichen und dann können wir hier unten einfach mal eingeben, JPM, das ist JP Morgan, die letzte Woche Freitag Zahlen vorgelegt haben, sehr starke Zahlen vorgelegt haben. Und die auch jüngst sehr, sehr stark performt hatten. Und man kann es hier offensichtlich erkennen, die beiden Titel, das heißt sowohl der Candlestick-Chart, BAC, als auch die blaufarbene Linie, JP Morgan, sind stark positiv zueinander korreliert. Aber es hat seit nunmehr eigentlich Roundabout, ich nenne sie jetzt mal Mini-Banken-Krise, im März, Februar, März diesen Jahres, hat es eine Divergenz gegeben oder hat sich herausgebildet. Und zwar JP Morgan hat hier einen starken Drive höher gesehen, ist auf neue Jahreshofs ausgebrochen, während Bank of America hier im Niemandsland versauert, im übertragenen Sinne. Und das bedeutet jetzt erstmal für uns, wir wissen nicht, wie die Earnings rauskommen, wir wissen nicht, wie der Markt darauf reagiert, also der Markt, beziehungsweise die Einzeltitel, deswegen ist das jetzt alles erstmal fischen im Trüben und rein spekulativ. Aber wir sollten uns schon mal im Hinterkopf behalten, sollten wir eine Short-These entwickeln oder sollten wir einen Short-Bias haben für die Banken insgesamt, vielleicht auch ausgehend von den Earnings, dann scheint an der Stelle Bank of America ein interessanterer Short-Kandidat, weil relativ schwach. Also Jesse Livermore würde das vielleicht im Spiel der Spiele, in dem Börsen-Klassiker, als der Weg des geringsten Widerstandes betiteln. Und ich denke, das illustriert das relativ gut. Wir haben einen relativ schwachen Titel, der sollten die Earnings enttäuschen oder sollte generell eine enttäuschende Reaktion stattfinden auf die Earnings insgesamt. Der Kandidat dafür wäre, dann diesen Abwärtsmodus fortzuschreiben und in diesem Fall dann hier auf der Unterseite eine Attacke zu starten auf die 27er Region eventuell. Vielleicht sogar eine Attacke nicht nur auf die 27 stattfinden lassen, sondern sogar neue Jahrestiefs markieren. Anders sieht die Situation aus bei Morgan Stanley. Morgan Stanley auch mit Zahlen heute vorbörslich. Vielleicht ganz kurz dazu einmal einen Blick hier in den Earnings-Kalender von Earnings Whispers. Den habe ich getweetet über meinen Twitter-Account Bank of America. Hier Charles Schwab auch, Morgan Stanley. Wirklich interessant wird es für mich, ehrlich gesagt, das will ich auch ganz offen sagen, erst eigentlich ab morgen, beziehungsweise morgen Abend, wenn wir dann die Beta-Stocks, die High-Beta-Stocks haben. Wie eine Tesla beispielsweise, die übrigens auch unglaublich stark gelaufen ist oder eine Netflix beispielsweise. Banken sind für mich tradingtechnisch nicht so interessant, weil denen einfach mal das Momentum fehlt, welches ich für meinen Trading-Ansatz einfach schlichtweg brauche. Also wenn ich intraday aktiv diskretionär eben mich an den Märkten positioniere. Nichtsdestotrotz, es könnte sein, dass sich Plays ergeben und ausgehend hiervon, wie gesagt, dann die entsprechenden Gedanken. Aber meine Earnings-Season, die fängt ja eigentlich erst morgen richtig an. Also die sieht morgen jetzt den richtigen Kick-Off mit Tesla, mit Netflix. Da werfen wir natürlich auch nochmal gesonderten Blick drauf. Und so, jetzt haben wir hier morgen Stanley, wir sehen auch der Chart, spricht offensichtlich schon eine ganz, ganz andere Sprache. Wir können hier auch im Daily sehen, stark bullische Struktur. Wir können auf die Corona-Pandemie, auf diesen starken Bullrun uns in Schlagdistanz, wenn auch noch unterhalb, deutlich unterhalb der All-Zeit-Wurst traden, aber nichtsdestotrotz relativ stabil präsentieren. Ja, das ist ein konsolidierender Modus, es ist keine Bullishness mit Ausbruch auf neue Jahreshochs, so wie wir sie in JP Morgan zu sehen bekommen haben. Aber es ist eben ein Play, welches eben relativ stark anmutet, wenn heute die Earnings überzeugen würden und wenn der Bankensektor positiv darauf reagiert. Also auch hier legen wir mal eine JP Morgan-Chart drüber und dann können wir eben sehen, auch hier stark positiv korreliert. Auch hier, wir sehen, JP Morgan marschiert schon vorne weg und es könnte eben sein, dass wir dann einen Leggert mit dem Morgan Stanley haben. Starke Earnings, starke Guidance, die gegeben wird, könnte hier ein bullischer Treiber sein, der dann eben die Aktie treiben könnte in den kommenden Wochen, Monaten vielleicht zurück in Richtung der 100-Dollar-Gefilde ungefähr. Das ist natürlich jetzt kein Sprung ungefähr, der unbedingt heute erwartet werden sollte. Nicht, dass es ausgeschlossen ist, wenn die Earnings richtig crushing reinkommen, aber nichtsdestotrotz, dass wir eben hier im Ausgang von der Gesamtkonstellation einen relativ starken Kandidaten haben. Das bedeutet, zusammengefasst, heute Earnings vorbörslich, also vor Markteröffnung, Wall Street, 15.30 Uhr, bekommen wir Bank of America Earnings und Morgan Stanley Earnings, auch Charles Schwab, aber die lassen wir mal außen vor. Bank of America, relativ schwacher Kandidat, wenn die Earnings enttäuschen und der Bankensektor insgesamt sich ein bisschen schwach präsentiert, ist Bank of America wahrscheinlich die interessanteste Aktie, weil relativ schwach. Sehen wir starke Earnings von Morgan Stanley auch ganz besonders und eine starke Reaktion im Bankensektor, dann ist Morgan Stanley der interessantere Kandidat, weil übergeordnet relativ stark anmutend. Anmutend. Und das also zu den Bankentiteln. Und final wollen wir noch ganz schnell einen Blick ganz kurz werfen, einmal auf Bitcoin und diese bullische Konsolidierung und die Attacke auf die untere Range-Begrenzung, diesen Kampf, dieses Tänzeln, gerade um die 30.000er Marke. Bullischer Drive, das war der Bitcoin ETF, die Ankündigung von BlackRock. Enge Konsolidierung, das geht jetzt schon seit nunmehr fast einem Monat ein bisschen länger, diese bullische Konsolidierung. Wir hatten eigentlich mit Ripple-XRP vergangene Woche am Freitag, Donnerstag war es schon, und dann am Freitag einen potenziellen bullischen Trigger, der uns aus der Konsolidierung hätte aus der Oberseite ausbrechen lassen können. Das hat nicht stattgefunden. Wir haben eine starke sogenannte Rejection an der oberen Range-Begrenzung zu sehen bekommen, setzen es zurück in Richtung der 30.000er Region, 29.500 und haben auch gestern dann einen kurzen sogenannten Flush drunter zu sehen bekommen. Ich mache das mal hier auf der 15-Minuten-Ebene ganz kurz. Da kann man das sehen. Da gab es eine Attacke tiefer, wir wurden dann zurückgekauft, also es gab keinen nachhaltigen Bruch. Aber wenn wir den Chart mal zusammenstauchen, dann erkennen wir, diese Attacken, die hat es ja häufiger schon gegeben, wie gesagt, jetzt aktuell besonders fragwürdig, weil eigentlich bullisches Umfeld mit dieser News. Aber wir haben die letzten zwei Male, die diese Attacken stattgefunden haben, relativ zügig Käufer reinkommen sehen, die uns zurückbefördert haben, uns relativ scharf befördert haben, zurück über die 30.000 Dollar Marke. Dieses Mal findet das derzeit nicht statt. Wir flaschen tiefer, wir bouncen zurück, aber wir halten im Bereich dieser Tiefs. Und das macht die Situation derzeit äußerst brisant für Bitcoin, denn sollten wir jetzt ein erneutes Überrollen und einen Fall unter die Tiefs zu sehen bekommen, die hatten wir in diesen zwei Fällen vorher nicht zu sehen bekommen, könnte das ein recht stark bärischer Treiber sein, der dann ein aufklappend projiziertes Ziel auf der Unterseite dieser Range aktivieren würde. Was ich damit meine, ich würde einfach diese Range nehmen und würde einfach sagen, wir nehmen diese Range breiter und setzen die einfach hier auf der Unterseite an. Und dann landen wir ungefähr im Bereich um 27.528.000. Wir wissen auch relativ zügig, was wir sehen wollen. Bruch halten unterhalb der Tiefs, die gestern ausgebildet worden sind. Also das heißt, wir kommen recht wahrscheinlich mit relativ kleinem Risiko rein in den Trade. Das könnte eine hoch attraktive Angelegenheit sein und das sollten wir vielleicht neben den Banking Earnings noch auf dem Schirm haben als mögliches Play. Soweit meinerseits für heute. Happy Trading. Pass auf die Stops auf. Wir hören uns dann morgen wieder hier gemeinsam mit XDB zum Guten Morgen Börse. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Tschüss.